Also jetzt bin ich gerade bei Daisy, Angelo und Nero. Das sind die drei Babys von der Fiona. Und die sind richtig, richtig groß geworden. Die sind hier in einem Weltenzimmer, deswegen ist die Qualität nicht ganz so gut. Aber, du bist ja süß, hörst du mir zu. Das hier ist die Daisy, das ist das Mädchen. Und da sind der Nero und der Angelo, die drei. Also die sind ja wirklich, wirklich putzig. Und auch von der Größe her ganz unterschiedlich, gell? Ihr drei. Super süß, wer mauen's denn da? Wer mauen's denn da? Und du hast dich ein bisschen nach hinten versteckt mit dem blöden Video. Also die sind alle drei, startklar, im Februar für ihr Zuhause. Genau, trappiert euch nochmal. Hä? Oh, Dankeschön. Die Mami haben wir gerade kurz raus, damit ich hier in Ruhe filmen und fotografieren kann. Oh.